Herzlich Willkommen zurück zu Obduction. Wir waren in der letzten Folge hier stehen geblieben und wollten jetzt in diese Urwaldwelt hinein. Ich bin selber sehr, sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Ähm, ich habe gerade nur eine kurze Pause gemacht und bin immer noch sehr hingerissen von diesem Text, den wir eben gerade gelesen haben. Das, ähm, ja. Der war schon, der war schon nicht ohne. Okay. Und hier kommen wir jetzt durch. Okay. Okay. Ja, über die erste Brücke. Da fängt schon mal ein guter Witz an. So fangen alle guten Witze an. Gehe über die erste Brücke und die Brücke ist nicht begehbar. So. Wo kommen wir hier hin? Nirgendwo? Hier sehen wir den nächsten roten Strahl, den wir erledigen müssen. Nur wie? Aber ich fürchte, wir werden es herausfinden. Aber ich fürchte, wir werden es herausfinden. Alles ist miteinander verbunden. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug in dieser Welt. Mal sehen, wo wir rauskommen. CW hatte das zu uns gesagt. Vergiss nicht, alles ist miteinander verbunden. Und so ist es auch wirklich in diesem Spiel. Alles ist miteinander verbunden. Jetzt müssen wir natürlich herausfinden, wo wir... Ja. Ich denke schon wieder wir. Absolut wir. Wo sind wir? Äh! Nee. Warte mal. Wo sind wir jetzt? Was sind wir jetzt? Hä? Äh. Und hier ist ein neues Portal. Mal kurz... Mal kurz noch umschauen. Jetzt sind wir wieder auf der Mauer. Ja. Und hier ist definitiv ein neues Portal entstanden. Und zwar das hier. Und ich weiß nicht... Oh Gott. Verwirrung. Absolut. Okay. Wir nehmen das jetzt einfach... Wir gucken uns jetzt nicht groß um. Sonst suche ich wieder nach irgendwelchen Veränderungen. Wir nehmen jetzt einfach dieses Portal. Zack. rein da. Wo kommen wir jetzt? Oh Gott. Es wird immer verwirrender. Es wird immer verwirrender. Wo sind wir jetzt? Okay. Hier geht's nicht weiter. Aber hier. Und wir sind... wieder hier. Okay. 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 Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht Vielleicht bin ich auch einfach nur wieder dran vorbeigelaufen Es liegt ja alles im Rahmen des Möglichen Absolut Ist das die Welt der Mofang? Okay, wir wissen noch nicht, was es hier mit auf sich hat Das sieht aus wie ein Raumschiff beinahe Joystick 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 Man sieht halt nicht, wohin man strahlt so richtig Doch, sind wir zu weit? Ähm Okay Okay, das ist jetzt Millimeterarbeit Ja Okay 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 Es ist nicht erwartete, gut, gut, aber glücklich, gut, sehr gut, ein sehr guter Zeit, um hier zu kommen, jetzt zu kommen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich könnte dir helfen. Ich kann mich nicht mehr umdrehen, die ich nicht mehr umdrehen kann. Diese Böse, die Villen sind sehr gefährlich. Just look around, they live below water, and they are keeping, storing us for food. And you will see, as you go. Come. I cannot be here. Find a way to me. And I can figure this out. Ich traue dem nicht. Ich traue dem nicht. Null. Nada. Okay. Wie geht's weiter jetzt hier? Hier geht's weiter. Ich traue dem Null, diesem Bürgermeister, muss ich mal sagen. Irgendwie... Ich weiß nicht. Wie kommen wir dort rüber? Dort müssen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Irgendwie dort unten oder was? Die Vilein leben unter Wasser? Haben ihn gefangen genommen, um ihn zu essen? Komisch. Sehr komisch alles. Aber guck mal, wie schön das ist. So. Hier kommen wir jetzt wieder zurück, wo wir waren, nicht? Genau, hier waren wir. Ja. Jawohl. Hm. Hm. Ich weiß im Moment überhaupt nicht, was ich glauben soll. Gott. Okay. Jetzt können wir von dort... Jetzt geht das hier irgendwie rein. Hm. Hm. Ich weiß im Moment überhaupt nicht, was ich glauben soll, was echt ist, was nicht echt ist. Hm. Hm. Wir haben ja auf jeden Fall ein Portal. Hm. 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 Ich bin gerade sehr sprachlos. Hier ist noch ein Portal. Ich bin mal wenigstens schon mal hier. Und ich weiß nicht, was ich eingeben soll. Hm. Ich weiß nicht, was muss uns ja hier einen Hinweis geben. Einfach mal umschauen. Das sieht alles so komisch aus. So vollkommen komisch. So, hier kommen wir nicht drüber. Hierfür brauchen wir einen Code. Und ich weiß nicht, wie er lautet. Was soll ich denn eingeben? Wir haben diesen einen Zettel noch, wo Zahlen draufstehen. Aus dem Bürgermeisteramt. Warte mal, da gucken wir mal ganz kurz drauf. Wo haben wir den? Hier. Da haben wir eine 18, eine 158. Eine 1. Und eine 158. Ähm. Gott. Aber es sind jetzt die einzigen, die wir haben. Ich male mir die Codes mal ganz schnell auf. Gut, dass ich was zu schreiben dabei habe. So, da haben wir einmal den. Das ist die 18. Dann haben wir den. Das ist die. Hier. Und dann. Zack, 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 zack. Und dann haben wir noch die 1. Keine Ahnung. Ob uns das irgendwas bringt. Da ist das. Da ist das. Und hier unten das. Verbunden. Okay. Wir gucken mal. Ich meine, es ist ja aus dem Bürgermeisteramt vielleicht. So, da haben wir einmal den. Nein. Dann haben wir den. Dann haben wir den. Und den. Nope. Äh, kurz nachdenken. Dann hatten wir hier noch die 1. Dann müssen wir das weg. Das. Dann müssen wir alles einfach einmal wegmachen. Das weg. Das weg. Das weg. Okay. Dann haben wir hier den. Und das war's. Was? Ist das neu jetzt? Was? Irgendwas tat sich doch jetzt. Irgendwas tat sich doch jetzt. Irgendwas tat sich doch jetzt. Oder nicht? Nee. Hä? Hä? Mal hier das probieren. Zack, zack. Nee. Dann haben wir den hier. Oh, da hat sich aber schon mal was getan. Okay. Okay. Außer das eine in der Mitte. Genau. Nein. Ja. Ja. Kurz fotografieren. Für die andere Brücke auch. Äh, das noch aufmalen. Wie ist das jetzt? Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Mal gucken, ob das... Huch. Nee. Das wollte ich jetzt nicht. Oh, jetzt hab ich wieder irgendwas... verstellt. Äh, okay. Das mal alles auflösen hier. So. Äh, nee. Sehen, ob das jetzt für alle gilt. Okay. Da ging das weg. Hat das eine Verbindung? Hier runter. So. Ich muss kurz überlegen. Das. Das. Genau. Und so. Und so. Ja. Okay. Das ist... So. Oh. Das war jetzt... Boah, was war das? Okay. Wo kommen wir hier hin? Hier kommen wir nach... Dingensbums. Nach Hunrat. Und hier auch. Das ist jetzt das Richtige. Naja, wir werden sehen. Lass mal das erste ausprobieren. Das war eine Geburt. Das wär jetzt purer Zufall. Wirklich. Purer Zufall. Ich denke mal, das werde ich jetzt irgendwie zusammengeschnitten haben. Das hat jetzt einfach ewig gedauert. Und wenn ich so rätseln muss, dann kann ich auch nicht viel reden. Dann bin ich eher so mit mir beschäftigt. So. Wo kommen wir jetzt raus? Das ist neu. Dieses Portal. Und dann bin ich doch jetzt auch maximal gespannt. Ich nehme an, das wird eh wieder verschwinden irgendwann. Wo kommen wir... Wo kommen wir bei dem anderen raus? Da bin ich jetzt gerade mal so maximal gespannt, wo wir jetzt bei dem anderen Portal rauskommen. Und was uns das bringt vor allem. Das muss uns ja irgendwie... Muss es uns ja irgendwie weiterbringen. Und vor allem, wir haben die Bäume noch nicht miteinander verbunden. So. Wo bringt uns das hin? Wo bringt uns dieses Portal hier hin? Bringt uns das auch nach Hunrat? Oder nicht? Hm. Wo sind wir jetzt? Alles klar! Klar! Okay, jetzt sollen wir das hier drinnen stehen. Aber wie bringt uns das jetzt... Bringt uns das in irgendeiner Form weiter? Hier... Da war die eine... Nee! Nee! Sollen wir das da stehen? Die Brücke ist offen. Ähm... Hat sich irgendwas verändert hier? Außer, dass wir das jetzt mitgenommen haben? Ist jetzt irgendwo ein... Schacht aufgegangen oder irgendwas? Was? Ich... Versteh's gerade nicht. Wo kommen wir hier raus? Hm... Wir kommen immer noch nicht auf diese Seite. Hm... Wir kommen immer noch nicht auf diese Seite. Hm... Ich glaube, es bringt uns auch nichts dieses... Hm... Wie kommen wir da drüber? Hm... Jetzt sind wir schon mal wieder hier. Wie kommen wir auf die andere Seite des Flusses? Wir können hier einfach mal hingehen und gucken... So... Ja, das Ding oben steht noch. Die Frage ist nur, wie lang? Und ich frage mich, ob ich jetzt im Moment überhaupt hier sein soll. Wir kommen jetzt ständig an den alten Hotspots irgendwie raus. Oder in der Nähe wenigstens davon. Und ich weiß aber nicht... Wie uns das alles weiterbringt. Hier müssten wir rüber irgendwie. Dorthin. Auf diese Seite. Äh... Warte mal. Bis jetzt? Ne. Stimmt gar nicht. Oder? Ja. Ich gebe mal diesen... Äh... Brückencode... Äh... Bei diesem Ding hier ein. Vielleicht macht das ja hiermit auch noch irgendwas. So. Okay. Ähm... Das stimmt soweit. Das stimmt nicht. Nicht. Ah... Das... 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 Das weg. Äh... So. So. Und... So. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Nein. Okay. 814. Ne. Bringt uns hier nix. Offenbar. Mal ganz schnell überprüfen. Nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. So. Das hier runter. Dann... Den hier. Das wollte ich nicht. Zack. Zack. Genau. Nochmal. 750. Ne. Ich dachte... Och. Ich dachte jetzt schon, jetzt würde irgendwas passieren. Aber nein. Das also ist eine 750. Ich schreibe das einfach mal dahinter. Besser man hat, als man hätte. Hm. Ich weiß aber nun wirklich nicht. Hätte sich auch noch nichts getan. Hm. Hm. Das bringt uns alles nur bedingt irgendwie weiter gerade. Warte mal. Ich schau mich nochmal um. Weil ich gerade nicht so richtig eine Ahnung habe... Was wir tun sollen. Wo wir hin müssen. Möchte ich einfach nochmal was... Was gucken. Was überprüfen. Ähm. Ja, bei diesem Damm. Möchte ich einfach nochmal schauen. Hier kommen wir ja nirgendwo rüber. Ne. 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 Tja. Damit ist nichts weiter anzufangen. Ne. Ich guck mal, ob sich hier in den Häusern irgendwie was verändert hat. Ansonsten... Düsen wir wieder zurück in die andere Welt. Und... Geh nochmal zurück. Genau. Ja. Einfach mal gucken. Vielleicht ist was anders. Vielleicht auch nicht. Jetzt müssen wir noch runter. Nein, das ist zu weit. Oder? Stimmt das? Ja. Ist zu weit. Ach, scheiße. Hm. Okay. Nochmal eins hoch. Ja. Das war natürlich Bullshit, was ich jetzt gesagt hatte. Genau. Wir müssen hier rennen. So. Und dann kommen wir hier... Nein. Ach. Nein. Doch. Oh. Hier. Ja. Ey, komm. So. Letzte Tür. Spaß. Vorbei. Aber wir haben auch hier noch... Wir haben keinen Baum bis jetzt miteinander verbunden. Ist hier irgendwie was neu. Ja. Ist. Wir haben jetzt hier drei dieser Wagen. Das war doch nochmal... Einer, falls ich mich nicht irre. Oder irre ich. Das war mal nur einer. Okay, ich guck erstmal ganz schnell beim Baum hier. Das war doch nur einer. Von diesem Wägelchen da. Ja. Hundertprozentig. Hundertprozentig war das nur einer. Okay. Ich kann hier nichts weitermachen. Außer die Wagen zählen. Ne. Ne. Das bringt uns glaube ich noch nichts. Hm. Hat sich dort oben beim CW vielleicht jetzt irgendwas... Wir haben immer noch diesen komischen Bug. Äh. Hat sich vielleicht bei diesem CW oben irgendwas getan, was verändert. Mal gucken. Hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Mal gucken. Wir gehen mal hoch. Wir gucken mal. Wir gehen mal hoch. Bis zum nächsten Mal.